Bei Fernbedienung und Stereoanlage haben Sie sich schon an Ihre Fernbedienung gewöhnt. Warum nicht auch Kaffeemaschine, PC oder die Stehlampe damit bedienen? Mit dem Free-Tech Funksteckdosen-Set ist das überhaupt kein Problem mehr. Bis zu fünf Funksteckdosen können Sie mit dieser Fernbedienung einzeln oder gemeinsam ein- und ausschalten. Eine aufwendige Installation gibt es dabei nicht. Sie stellen an dem Drehschalter Ihrer Funksteckdose einfach die Frequenz ein und stecken sie dann in die vorhandene Steckdose. Die Fernbedienung hat eine Reichweite von 20 Metern. Vier Steckdosen und eine Fernbedienung sind im Lieferumfang enthalten. Damit haben Sie eben nur Ihre Strom- und Geldfressenden Standby-Geräte im Griff. Praktisch und bequem. Probieren Sie es aus.